Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Payday 2. Hallo. Alter, der 57er soll abhauen, der soll abhauen. Komm zurück. Komm zurück. Wie? Ist das blöd? Der hat volle Ausrüstung, weil der soll zurückkommen. Wir machen, weil es so gut geklappt hat, den Kunstraub nochmal, also die Artgalerie. Markiert es hier jetzt automatisch? Ja, musst du ja sehen, ob es welche markiert. Wenn ich hier durchswitch. Was? Jem no Englisch? Französisch. Return. German. France. Nein, nein. Ähm. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Oh. Das ist alles über den Platz. Der hier. Ist das blöd, dass man seine eigene Sprache nicht versteht? Na, danke schön. So, können wir jetzt weiter machen. Also wie gesagt, wir machen... Merci. Merci, äh... Merci. Wie? Ich weiß, du den Titel. Also, wir müssen schnell warten. Ich aktiviere schon den Föhn hier, dass die hier reinkommen, damit ich wenigstens einen kaputt kriege. Nicht schießen. Gut. Also, wie gesagt, wir sind hier beim Kunstraub. Endlich kann ich mal anfangen und die Grüßung machen hier. Ich habe mich gleich aufs Dach verzogen, wegen dem Kamera-Hack. Äh, dass ich hier die ganzen kleinen Spasten da markieren kann, weil wir versuchen es auf Overkill und Stealth und, äh... Ja. Ja. Ne? Ja. Da, da, da! Was macht denn ihr? Wer war das? Was macht denn ihr? Ich bring den, ich bring den um. Okay, der geht weg. Der geht weg. Das finde ich sehr gut. Ich gehe schnell. Ich hole mir das erste Bild. Wieso ist das nicht rot? Weil die alle rot sind? Hat's hier ne Kamera? Das möchte ich schnell wissen. Ja. Ich seh dich. Ich seh aber hier im Raum niemanden. Gut, ich hab das erste Gemälde. Ich bring's schnell raus. Ausrufezeichen. Fickt euch. Mann! Was jetzt? Ich hab keine Ahnung. Alles erschießen. Ja, toll. Was ist das? Wenn du mir eine Säge bekommst, kann ich es öffnen. Oder du mal eine Säge? Nein, ich hab keine Säge. Wie starten. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, jetzt machen wir mal. Ich save schon mal das Raste. Bist du noch... Bist du drin oder draußen? Ich bin drin. Ja, dann kommst du eh nicht mehr raus. Und ich komm nicht mehr rein. Jetzt hat sie das Bild einfach nur dort in der Ecke versteckt? Ja. Oh ja. Nährlich. Ich mach mal hier... Ich kümmere mich um das Bild. Also liebe Leute, ich kann euch definitiv erzählen, dass wir das wahrscheinlich nicht schaffen werden. Weil auf Overkill und ohne Rüstung ist das eigentlich relativ schwierig. Oh nein, und ich hab schon ein Ninja bei mir am Auto. Ich hab ihn! Ich hab den Kloaker! Ähm... Ähm... Das wird ausprobiert. Dozer! Euer! Dozer! Äh, wie für denn jetzt... Ich wollt euch nur informieren. Ja, ist okay. Ich weiß aber noch nicht, was ich jetzt hier machen kann, wie ich jetzt hier vorgehen kann. Äh, alter, ich komme hier nicht mehr zurück zu diesem Kack-Ding. Äh, es ist so im Quatzen hier. Ich komme nicht immer zu euch mehr rein. Äh, ja, es sind ja auch nur alle bei mir draußen. Ja, nur, ich bin gleich tot, ne? Ich wollte nur sagen, auf Auf-Kill, wenn wir keine Geiseln haben, gibt es keinen zurück. Ich weiß. Ja, Mann, wir haben keine Geiseln, mein Lieber. Wie lange noch? 30 Sekunden, bis der Bruder läuft. Ah, jetzt ist ein Schild da, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei für mich. Oh, mein Gott, alter. Oh, mein Gott, ich habe es wieder in die Galerie reingeschafft. Also zumindest hier vor die verschlossenen Türen. Gut. Okay. Äh, ist offen, ne? Äh, ja, achso, ja, jetzt muss ich noch 300 Sekunden warten, ne? Ja. Ist zu mir. Hm. Connecting. Ja, ja. This might take a minute. Ja, ha, 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 ha. Ich... Sorry, gell, ich muss hier, ich muss so erst sehen, dass ich hier ein bisschen überleben kann, sonst ist das hier wieder eine ganz traurige Folge. Uah, ich sehe nichts. Ist offen. Hallo, ich bin da. Uah, hat jemand mal ein Medikit? Wir wissen dann auch Stealth. Ja, was hat das damit zu tun? Habt ihr alle ECR mitgenommen, ne? Ja, nein, von denen hab ich doch nicht, aber ich hab auch keine mehr. Hat jemand Munitionstasche vielleicht? Äh, ne? Hm, weil Muni hab ich nämlich dann auch nicht mehr viel. Nein, 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 nein. Uah, die Hölle, die Hölle, die Hölle. Ja, das ist zum Kotzen, Alter. Ich sag dir's. Ich sag dir's. Ich hab nur aus Erfahrung, meine Pistole macht mehr Schaden als mein Gewehr. Ja, ich hab Kontakt. Ich hab Kontakt. Ich hab nur aus dem Grund, da dritten der Zeilung vorüber. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Also wir bleiben alle hier drin, dann kann man nämlich nicht in Haft. Alter, der Plak hat die Watt noch nicht. Der Plak hat die Watt noch nicht. Der Plak hat die Watt noch nicht. Schild, 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 macht, macht, macht. Oh, Mann. Das ist ja grausam hier. Ich hab noch einen Schuss. Vorne, vor der Munition, hier liegt vorne, mit Munition, geh holen. Waaaaaah. Nee, ja. Ist ne Holt. Waaaaaah. Waaaaaah. Hast du ihn? Ja, ja. Waaaaaah. Waaaaaah. Es ist einfach nur noch Scheiße heute. Hopp, 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 hopp. Äh, wie lange noch? Waaaaaah. Das ist nie mehr normal, das ist nie mehr normal, Alter. Ich hab noch genug, geh Muni holen. Ja, ich versuche... Aaaaaah. Nein. Okay, lass das Schild irgendwie reinkommen. Wir flankieren die. Nein. Ich schieße ihm auf den Kopf, Alter. Nein. Nein. Ich schieße den Zweig. Also, die erste Hülle von dem ist unten, ne? Ich darf einfach nicht auf mich schießen. Wo ist der jetzt? Hilfe, Hilfe. Ich schieße ihn, ich schieße ihn, ich schieße den Alter nach oben. So. Dann alle wieder oben. Okay. Ich schieße ihn, ich schieße den Alter nach oben. Okay. Ist er tot? Nein. Ist er tot? Ah, aber ich gleich. Komm, rein 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 rein. Los, los, los. Okay, er ist erst mal weg. Er ist... er ist... Boah, er ist History. Alter. Er ist tot. Er ist tot. Nein. Er ist tot. Geil. Der andere hat ihn jetzt doch gekriegt, Alter. Oh, scheiße. 50 Sekunden. Alter, 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 diese Folge, Mann. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist zum Kotzen. Das ist zum... Alter, ich brauch nach dieser Folge so eine... Ja, HELP! Alter, wir haben keine geilen Muschbasten. Ich will wieder rein, ich will wieder rein. Komm, geh rein. Das ist scheiße, Alter. Das ist so scheiße hier. Das liegen Köpfe. Und ich hab noch einen Schuss auf der Piste. Ich geh mal schnell Mundi holen. Ach so. Dann nehm ich vielleicht noch einen mit rein, oder? Stopp, Schluss. Oh, und da hinten gleich der Taser, Alter. Ich glaub schon, Mann. Taser! Ist offen! Ist offen! Eins ist schon mal safe, ne? Wir brauchen sechs. Ja. Also fünf, beziehungsweise noch. Ist hier im Raum gleich... Ich hab eins, ich hab eins. Alter, geht da nicht rein. Geht da nicht rein. Geht da nicht rein. Ich... Ich hätte eins. Ich hab eins. Gut. Wir machen das in zwei Laufstritten. Ich hab eins. Ich schau noch, ob es hier eins gibt. Aber die Schüsse müssen jetzt aber wirklich gezielt sitzen, Alter, sonst haben wir echt ein Problem. Jetzt ist wieder so ein Kackbulle einfach an mir vorbeigelogen, ohne dass es sich für mich... Was? Doch, hier ist eins! Hier ist eins! Hier ist eins! Da! 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 Wo denn? Da! Wo bist du denn? Da! Sag das doch! Okay, jeder hat jetzt... Ne, der Boffel hat noch keins. Ohhhhh... reso.. Wo denn? Nummer 5! Komm mal mehr! Scheiße, scheiße! Kommy! Komm! Komm! raus! Schiiii Ich bin down, ich bin down, ich bin down und ich hab keine Muni mehr, ich lieg hier drüben in dem Raum und ich bin belagert, ich bin belagert, ich glaub ich schaff's nie, immer noch im ersten Raum. Ich komm nicht zu dir durch, ich komm nicht. Ja, das ist mir schon klar. Ich geh raus. Also denk dran, ich hab noch ein Gemälde bei mir. Ich glaub, woher wird's jetzt? Nein, Alter, wir haben es so weit geschafft. Alles klar. Ja, wir wären dort rausgegangen, dann hättest du uns so draußen hab ich, das ist klar. Alles klar. War logisch, dass wir's nie schaffen, sobald der Alarm ausgelöst ist. Wollen wir's auf laut wiederholen? Nein. Kommt. Ja gut, aber wir machen noch was kleines. Nein, du schaffst es, ich kling jetzt nicht mehr. Also wir verabschieden uns für heute. Hat halt nicht geklappt und deswegen, ja, shit happens. Ciao, ciao. Die Leute sind gut, aber naja. Ja, Boffel war gut. Boffel war gut.